Ja, hallo. Namaste. Schön, dass das sein darf für den Live-Chat von Jetzt-TV. Vielen Dank dem Team, der Vassetto und dem Team. Es hat wieder Platz für Fragen. Ich lese die Fragen wieder selber. Und ist jemand Co-Host? Ja, zwei sogar. Super. Wunderbar. Ja. Ja bitte, würdest du den Ton einschalten, Brigitte? Sekunde. Jetzt? Ja, genau. Hallo. Hallo. Ich habe ja keine Frage. Ich wollte Hallo sagen. Wir haben uns kennengelernt in Freudenstadt auf dem Monstieren-Festival. Und ja, da wollte ich nochmal sagen, wie schön das war am letzten Tag. Da war so eine Freude. Wir haben so viel gelacht miteinander. So viel Freude, so viel Freiheit. Und in diesem Feld bin ich nach Hause gefahren. Fünf Stunden mit Stau. Und das war auch am nächsten Tag noch da. Dieses, ja, das war wie ein Feld. Und ich konnte da drin baden. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Also, ja, auch einfach diese geteilte Freude, die wir miteinander hatten. Ja, schön, schön. Vielen Dank fürs Teilen, mit uns Teilen. Ja, es war schön, dieses One-Spirit-Festival. Eine wunderbare Energie auch, diese drei Tage und viele schöne Begegnungen und Erlebnisse. Ja, auch mit dir, Brigitte. Vielen Dank. Schön bist du hier heute Abend. Ja, und auch alle anderen natürlich auch hier bei Zoom, aber auch bei YouTube sind doch einige dabei. Und es hat wirklich Platz für Fragen. Es kommt da jemand, eine Heidi Heinrich, fragt, ich weiß nicht, ob sie noch dabei ist im YouTube, warum geht es bei euch? Ich würde sagen, bei uns geht es um Spasshaben, aber vor allem auch um die Wahrheit. Ja, sich selber zu erkennen, sich selber zu erkennen, wo Dinge noch überlagert sind, damit das wegfällt, so gut es möglich ist, sich selber zu reflektieren. Erkenne dich selbst und du erkennst die Welt. So ein Spruch, der ist nicht von mir erfunden, aber auch im Delphi-Orakos steht, erkenne dich selbst. Und bei uns in Schaffhausen hat so ein Tor, da steht, Lappi, tu et taugen auf, das heisst so, hey, hey, schau hin, mach die Augen auf. Und das steht einfach in einem Städtlein an einem Tor. Und das finde ich wunderbar. Wir bekommen immer wieder Hinweise, hey, hey, schau hin, schau hin, erkenne dich, erkenne deine Prägungen, deine Überlagerungen. Und hier geht es darum, Heidi, dich selber zu erkennen und stell auch weitere Fragen, wenn da sind. Es gibt keine falschen Fragen, es gibt keine doofen Fragen. Dementsprechend, wenn ich nicht antworten kann, wenn ich davon nichts weiss, dann sage ich das. Und wenn ich was weiss, erzähle ich was darüber. Und es ist in jedem drin, dieses eine Sein, dieses Freie, die Überlagerungen, die Prägungen, die Tendenzen, Neigungen. Also vor allem die ersten sieben Jahre wird das Kind geprägt. Und danach kommt eigentlich immer wieder etwa dasselbe, einfach mit neuen Leuten, mit neuen Situationen. Aber erkenne dich selbst, dann erkennst du, wie du geprägt wurdest, Konzepte aufrechterhalten sind heute noch Konstrukte. Und ja, erkenne dich selbst und du erkennst so vieles. Und das ist so toll, dann auch hier sein zu können auf dieser Erde. Und wir dürfen nicht vergessen, die ersten sieben Jahre, wenn das Kind auf der Welt ist, dann ist es aufnahmefähig wie ein Schwamm. Und das Kind in den ersten sieben Jahren kann nicht unterscheiden, ob jetzt die Wahrheit gesprochen wird von einem Gegenüber oder ob da jemand einen Witz oder einen Spass macht. Die Erwachsenen haben ja so die Tendenz, Späßchen zu machen. Aber das Kind kann das nicht verstehen, das nimmt das auf wie ein Schwamm. Und dann, wenn man das nachher auch weiss, dann wundert man sich nicht, wie wir geprägt wurden. Jeder von uns, sonst wären wir nicht hier. Und es geht hier auch um Entprägung. Liebe Heidi, du bist noch dabei, das ist super. Es geht da auch um Entprägung im Sinne zu erkennen, wir haben diese Konstrukte, diese Neigungen, Tendenzen, was wir erlebt haben und immer noch zum Teil bedienen. Und es geht darum, das zu erkennen. Und durch das Erkennen, erst dann können wir einfach auch daran hinschauen und dann diese Dinge einfach geschehen lassen. Aber du hast nichts mehr mit dem zu tun als erwachsener Mensch. Das ist einfach die Kindergeschichte, die dann noch manchmal aufrechterhalten ist. Und oft der Mensch dann hineinspringt, weil er es noch nicht weiss oder sich dessen nicht so bewusst ist. Und wenn er sich aber bewusst wird, auch wenn die Innenschau losgeht, dann wird es spannend, dieses Leben noch spannender. Und weil erkenne dich selbst, das ist so genial, sich selbst in diesem, in allem zu erkennen. Und es gibt da kein Gut oder Schlecht. Es ist einfach ein Geschehen, das geschieht. Das Leben erlebt sich durch die Form Körper. Und mehr ist da nicht. Und das ist ja schon unglaublich viel. Und das ist es. Ja, stellt bitte Fragen. Mein System, das ratet sonst jetzt anderthalb Stunden. Also, genau. Da kommt jetzt der Felix. Ich habe da vergessen. Ich darf schnell schauen. Ja, jetzt kann ich es lesen. Okay. Könntest du bitte etwas über den Tiefschlaf sagen? Löst sich das Ego im Tiefschlaf vollständig auf? Wer macht im Tiefschlaf die Erfahrungen, dass nichts geschieht, beziehungsweise dass die Welt verschwindet? Wer macht im Tiefschlaf Erfahrungen? Ich kenne niemanden, der im Tiefschlaf Erfahrungen macht, lieber Felix. Kennt ihr jemanden? Kennst du jemanden? Im Tiefschlaf gibt es nichts. Und es gibt ja auch, wenn Meditationszustände geschehen, wenn wir von den Frequenzen schauen. Die Deltawelle, die ist die niedrigste Herzfrequenz von 0,1 bis 3 Hertz. Und das 0,1, das wäre Komma. 0 wäre Tod. 0,1 wäre Kommazustand. Und im Tiefschlaf sind wir auch in diesem Delta-Zustand, also nicht anwesend. Und in diesem Delta-Zustand oder in dieser tiefen Schlafphase, Tiefschlafphase, da gibt es niemanden. Oder hast du dich schon gesehen im Tiefschlaf? Man könnte es filmen. Dann würde man vielleicht sehen, doch, der atmet doch eine Person. Aber ja, es ist jetzt etwas, aber es ist einfach wahr. Es gibt im Tiefschlaf keine Erfahrung. Es gibt ja auch dieses, es gibt eine Art von Samadhi-Zustand, wo auch gleich Tiefschlaf ist. Also das kann jedem geschehen, der meditiert auch. Oder vielleicht auch, ich habe schon Leute erlebt, als ich im Krankenhaus arbeitete. Da ging ich mal, während Corona-Zeit durfte ich so Pakete verteilen, weil ja kein Besuch ins Haus kam. Und ich war dann, mein Job, den habe ich gefasst gekriegt oder bekommen, dass ich, ich durfte dann diese Pakete, die ins Haus angeliefert wurden, den Menschen, die da drin saßen, in diesem Krankenhaus verteilen. Und eines Tages, als ich dann auf Arbeit war, kam ich in ein Zimmer und sah da eine Frau, die kannte ich. Und ich sagte, was machst du denn hier? Und dann sagte sie, ich weiß auch nicht. Ich habe gestern Fernsehen geschaut und ich bin da im Spital wieder aufgewacht. Und dann sage ich, was fehlt dir? Und sie sagt, ja, nichts, ich weiss nicht. Ich komme jetzt dann wieder nach Hause, die finden nichts. Und ich sagte dann zu ihr, weil ich das selber auch erlebt habe, bist du etwa einfach in einen Samadhi-Zustand gekommen, gefallen? Und dann, sie hörte noch nie von dem zuvor. Und ich erklärte ihr dann einfach, wie ich das erlebt habe. Das ist ein Zustand, der kann in tiefer Meditation geschehen oder eben auch so. Ich kenne noch jemanden, der fiel im Restaurant unter den Tisch, landete dann auch im Spital und da war auch nichts. Das gibt es, aber ich hoffe nicht alltäglich. Aber das sind halt dann besondere Erlebnisse. Und das gibt es einfach und das ist auch Tiefschlaf, weil in diesem Moment ist der Mensch nicht anwesend. Und das könnt ihr selber beobachten, wenn ihr meditiert. Und ich höre auch immer wieder Leute, die sagen, oh, jetzt bin ich aber eingeschlafen. Und ich frage dann, hey, Moment mal, bist du wirklich eingeschlafen? Schau mal genau hin. Bist du dann schlaft, gleich runterfallen? Oder wenn alles entspannt, dann fällt der Kopf runter. Und dann sagen die Meistern dann, ach nein, eigentlich, ich blieb in Position. Nein, nein, ich fiel nicht irgendwie zusammen. Und das sind so, das ist eine Art, es gibt mehrere verschiedene Samadhi-Zustände, aber das ist dieser Samadhi-Zustand, wo der Mensch nicht mehr anwesend ist. Also Tiefschlaf. Und das kann passieren, also wenn ihr meditiert und ihr kommt plötzlich so in die Idee, jetzt bin ich aber weggetreten. Schaut genau. Und das ist so genial, weil in diesem Zustand, also habt keine Angst davon, aber in diesem Zustand löst sich so viel Kontrolle auf. Also mein System hatte das immer wieder durch, es geschah immer wieder. Heute bin ich dankbar dafür. Damals, gut, diese Tiefschlaf-Samadhi-Zustände, gleich Tiefschlaf, die nimmt man ja nicht wahr erst danach. Aber es nimmt auch die Kontrolle weg. Es gibt Dinge im System, wenn es um die Befreiung geht, dass das dann, ich sage jetzt mal, uns geschenkt werden kann. Weil in diesen Zuständen, Tiefschlaf im Wachzustand, gleich dieser Samadhi, ich nenne es jetzt einfach mal so, Dinge aus dem System gelöst werden, die der Mensch mit dem Bewusstsein oft gar nicht daran käme. Deshalb geschehen solche Dinge. Da gibt es noch ganz viele andere, aber das gehört einfach auch dazu für ernsthafte, ich sage mal, ernsthafte Suchende oder die, die auch in Meditation eben das passiert. Und wie ernsthaft, also ich wusste ja von gar nichts und da schlug ja einfach der Blitz ein. Und ich wusste immer noch, 93 bis 2000 und 9 immer noch nicht, was geschehen war. Das Leben hat sich aber trotzdem irgendwie durch mich arrangiert oder es hat, das Leben hat sich durch diese Form ausgedrückt und Ausdruck verschafft und hat sich dann, es wurde mir dann einfach auch immer klarer über alle die Jahre, was da geschehen war. Und genau, also wundert euch nicht beobachtet und wenn das geschieht, wunderbar. Also so viel Felix, wieder ganz ausführlich, ich weiss, es rattert dann, aber es ist, wie es ist. Und sonst kommt noch mal, wenn noch eine Frage auftaucht. Jetzt kommen da Fragen rein von Sani. Es tauchen immer wieder mal tief gespeicherte Muster auf, wie ein Automatismus. Dauert dann immer lange, da wieder rauszukommen, obwohl ich weiss, auch in dem Moment, dass das nur ein Programm ist. Ja, lieber Sani, das ist einfach so, aber du siehst, dass das gespeicherte Muster sind, also das bist nicht du. Wenn du von Anfang an mitgehört hast, dann hast du gehört, in den sieben Jahren, ersten sieben Jahren, in den Kinderjahren werden wir geprägt. Und diese Muster, die sind dann einfach oft auch, Automatismus schreibst du, ich nenne das auch gerne Autopilot. Das läuft dann einfach, bis uns das bewusst wird und dann läuft das immer noch weiter. Aber wenn dann wie das Beobachten geschieht, also die Innenschau geht irgendwann los und dann sieht man, oh wow, dieser Automatismus, den möchte ich ja eigentlich weghaben, ich finde das nicht so toll, das geht dann aber nicht. Einfach stehen lassen, belassen. Aber du siehst es. Und du schreibst, dauert dann immer lange, da wieder rauszukommen, obwohl ich weiss. Ja, und dann schreibst du, das ist nur ein Programm. Dann sieh doch einfach, wenn du kannst und magst, dass das einfach ein Programm noch läuft. Da ist noch ein Programm, ein altes, das läuft jetzt einfach noch, aber das Neue ist doch schon längstens auch installiert, oder nicht? Und dann hast du den Fokus, das alte Programm kannst du dann halt nicht einfach löschen im Moment, sonst wäre es ja so, wäre es weg. Aber da du das jetzt nicht löschen kannst, dann ist das einfach, das läuft im Hintergrund. Bei mir läuft jetzt gerade am Computer ein Ventilator. Also der läuft doch einfach im Hintergrund. Wie lange der läuft, keine Ahnung, der läuft jetzt da einfach. Der stört mich nicht. Ich nehme den wahr, aber der darf da sein. So ist es doch auch mit unseren alten Geschichten. Das Problem fängt ja erst an, wenn wir das weghaben wollen, oder wenn wir finden, wow, das muss doch mal jetzt aufhören. Das hat niemand in den Händen. Aber was wir in den Händen haben oder auch an Möglichkeiten da sind, das einfach stehen zu lassen. Zu sehen, da läuft jetzt nebenbei noch dieses Programm. Und das darf doch sein. Das nicht weghaben wollen. Und dann ist der Fokus da, auf die Präsenz des Seins. Und du bist da und nebenan läuft dieses Programm. Aber du weisst genau, das läuft jetzt einfach, aber ich springe da nicht rein. Und wenn es dich mal reinzieht und du es siehst, geh einfach wieder raus in die Präsenz. Weil das ist alte Geschichte. Bis sich dann das durch das Nicht-mehr-Bedienen selber irgendwann auflöst. So es sein darf. Und wenn das nicht ist, was spielt das dann noch für eine Rolle? Ob das noch irgendwie nebenbei noch läuft bis zum letzten Atemzug oder nicht. Das spielt so keine Rolle. Aber natürlich ist das die Möglichkeit durchs Nicht-mehr-Bedienen, dass das dann auch sich verflüchtigt irgendwann. Es gibt dann dieses Retreat, wo du dabei warst mit dem Vogel, Brigitte. Das war so genial. Ich hoffe, dass das bald rauskommt. Und das zweitletzte Satzang in Freudenstadt, da geht es um diesen Vogel. Das ist ja dann auch so aufgetaucht. Und da freue ich mich dann, wenn das dann rauskommt. Weil das ist so gut beschrieben anstelle von diesem Geprägten als Vogel. Und wenn der einfach da sitzt und der darf da sein. Aber wir haben den nicht eingeladen. Der ist halt so lange, wie jetzt das Programm da jetzt gesprochen wird. Solange das halt geschieht, ist das. Und wenn es weg ist, ist doch auch okay. Haltet es auch nicht fest, wenn es gehen will. Also sollte der Vogel wegfliegen wollen, lasst ihn gehen. Macht das Fenster auf, haltet ihn nicht fest. Lasst ihn gehen. Ja, die Heidi kommt nochmal. Der Mensch ist Gott mit Ego. Gott ist Mensch ohne Ego. Was sagst du zu dieser Kurzfastung? Ja, dann werde doch Mensch ohne Ego. Dann bist du Gott. Oder wie ist das dann? Ich weiss nicht genau, aber es geht darum, dass Ego, wenn du jetzt vom Ego sprichst, dann rede ich von den Prägungen. Diese Idee, es sei irgendwann eine Abspaltung passiert, etwas Einzigartiges oder etwas Abgespaltenes. Da gäbe es eine Person und das gibt es nicht. Das ist eine Idee und die entstand. Ist so spannend. Ich war gestern essen mit Familie und dann ging ich, ich war zuerst da. Wir waren, also es war dann Tisch gedeckt und ich zählte eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und ich schaute es und dachte, äh. Und schaute die Serviertochter ran und sie sagte, sie haben für sechs reserviert. Dann sagte ich, eins, zwei, drei. Ah ja, ich noch. Und dann mussten wir lachen. Sie haben sich vergessen. Das stimmt. Und das war so toll, weil ich das ja auch oft immer erzähle und es mir selber passiert so schräg. Aber es ist wirklich das Kind, bevor es erkennt, dass da eine Abspaltung geschieht, bevor dieses Ego-Konstrukt anfällt, zählt es, da sind viele Kinder. Und dann sagt jemand, zähl mal die Kinder. Und das zählt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Heute Abend sind wir hier neun im Zoo. Wunderbar. Neun Leute sind hier. Wow. Und dann sagt jemand, ey, bist du irgendwie, zähl doch nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun sind wir. Und irgendwann sagt dann ein Erwachsener, zähl nochmal. Und es zählt wieder neun. Und dann sagt der Erwachsene, ja, aber du bist doch auch zehn. Und so fängt das an. Dann merkt das Kind, ah, da gibt es, ich bin auch jemand. Und so fängt dieses Konstrukt an. Und je nach Prägung wird dann das gross oder nicht so gross. Aber es geht einfach um das Überleben. Also dieses Konstrukt, es merkt dann, ah, ich bin wie abgesperrt. Abspalten, eine Idee, wie auch immer das genau ist. Das ist, denke ich, auch individuell verschieden. Aber es geht darum, dann auch dieses, das zu erkennen, wo das beginnt, warum das beginnt. Und was sucht das Kind? Es sucht von Anbeginn einfach diese, sobald diese Abspaltung geschieht, die Liebe. Und je nach Prägungen, je nach Eltern, je nach Bezugspersonen sucht es einfach nur die Liebe. Und das kann dann in ganz, ganz vielen verschiedenen, auch unmöglichen Konstrukten versucht werden, diese Liebe zu finden. Und es ist ja auch im Erwachsenenalter, wir suchen. Ich habe gerade, es hat jemand gefragt, gibt es Sicherheit in einer Beziehung? Gibt es das? Gibt es Liebe in einer Beziehung? Gibt es das? Gibt es das nicht erst, wenn du dich selber annimmst und so mit dir, okay, bist dein bester Freund, deine beste Freundin? Ist dann nicht die Liebe so da, dass es im Gegenüber sich zwar abstrahlt, aber es ist immer deine Liebe? Es gibt es einfach nicht. Und das hören viele Leute jetzt nicht gerne vielleicht. Ist mir aber auch soweit okay, das zu sagen. Weil es ist wichtig, dass das gesagt wird. Wir können, erkenne dich selbst. Akzeptiere dein Leben so gut es geht, wie du bist. Das Leben erlebt sich durch deine Form. Was gibt es daran auszusetzen? Du bist geprägt, da kann niemand was dafür. Aber durch das Erkennen kann dieser Programm oder dieser Vogel da sein. Aber du bist da nicht mehr so stark involviert, weil du siehst, das ist das Geprägte, das ist einfach so. Und wir sind hier, gerade auch hier, am Entprägen. Das heisst, am Erkennen und nicht mehr hineinzuspringen. So gut es und immer besser geht. Jetzt kommt Sonny wieder, danke sehr, hilfreich, die Programme einfach da sein zu lassen. Sie stehen zu lassen. Ja, genau, das wäre es dann. Ja, da kommt Felix. Wenn sich das Ego im Leben vollständig auflöst, fallen dann die persönlichen Tendenzen sofort ab? Gibt es persönliche Tendenzen, welche denn ein Leben lang weiterlaufen als individueller Ausdruck? Nein. Also ich mache einen Unterschied zwischen Erleuchtung und Erwachen. Und wenn du jetzt fragst nach, was schreibst du da? Wenn sich das Ego im Leben vollständig auflöst, fallen dann die persönlichen Tendenzen sofort ab? Meine Erfahrung war, da waren grosse Öffnungen, also alles Erkennen, aber da waren noch lange Tendenzen. Das sind diese Wassernass, diese Neigungen, Tendenzen. Da kann jemand schon ganz viel einen befreiten Zustand haben. Und die Tendenzen und Neigungen, diese Wassernass sind doch noch da. Und da geht es darum, dass das dann auch noch zu erkennen. Und die Neigungen und Tendenzen, das ist etwas, was etwas hinterhältig ist. Die Gewohnheiten auch, die Gewohnheiten. Wir haben uns so gewöhnt an gewisse Dinge. Und dann gibt es Dinge auch dann, ach, wegen Einmal oder so. Und das Einmal ist keinmal gibt es nicht. Also es geht darum, das zu erkennen. Und dann, wenn es wirklich, wirklich um die totale Befreiung geht oder wie auch immer, ich nenne es jetzt mal Verwirklichung, dann wird das gesehen und dann gibt es Arbeit. Es gibt Arbeit, das nicht mehr zu bedienen. Und dann, wenn es sein darf, das ist die Gnade, da kann niemand für oder gegen. Aber das Ja dazu loskommen von Neigungen und Tendenzen, das sage ich jetzt einfach mal so in den Raum, das muss sein. Weil der Mensch, nach Öffnungen fällt es einfacher, sich noch tiefer zu erkennen. Und dann gibt es auch viel Arbeit. Das wisst ihr alle, die Öffnungen haben. Das ist nicht einfach nur nichts tun. Das braucht hinschauen. Und diese, wie jetzt Sonny schreibt, dass einfach das Programm nebenan laufen lassen und nicht mehr reinzuspringen. Immer wieder weg, wenn es noch reinzieht, bis es nicht mehr reinzieht. Und ich mache einen Unterschied, also wenn, es gibt keine Befreiung mit Tendenzen. Totale Befreiung des Egos oder der Identifikation oder die Idee, dass da etwas Persönliches ist. Dann wäre Verwirklichung. Und bei Verwirklichung, da gibt es den individuellen Ausdruck. Es gibt 8,1 Milliarden, habe ich jetzt mal gegoogelt, Menschen auf dieser Welt. Und dann gibt es also auch 8,1 Milliarden Welten. Hast du gewusst, dass deine Welt nicht meine Welt ist und niemanden anders hat dieselbe Welt wie du? Und wenn das im Blickfeld ist, dass es 8,1 Milliarden Welten gibt und deine Welt nicht dieselbe ist wie dein Partner, mit dem du seit 40 Jahren im selben Bett schläfst, weisst du das? Dann hört auch die Idee auf, ich weiss, wie es dir geht. Niemand weiss, wie es jemand anderem geht. Das ist eine Illusion. Eine Idee. Und dann fangen wir an, ihn zu interpretieren. Behaupten noch, ich wüsste, wie es dir geht. Vergiss das, ist niemals möglich. Du kommst nur an dich und es gibt ja dann auch nur dich. Es sind alles so schräg. Ich höre jetzt gerade wieder auf, so zu sprechen. Ich möchte lieber Mensch sein und nicht so sprechen, von wegen, es gibt keine Welt und es gibt dich ja gar nicht, sondern einfach zu schauen, wie kann das genommen werden. Und dieser Ausdruck, der bleibt, du hast einen Ausdruck, jeder von uns, der lacht so, der geht so, der hat diese Mimik, die hat diese Ausdrücke bleiben. Das Leben will sich durch deine Form ausdrücken. Und dann ist nicht plötzlich das Lachen, das du als Kind schon hattest und als Jugendlicher plötzlich umgekehrt oder weg oder falsch oder anders. Das bleibt, der Ausdruck bleibt, aber alles, was Tendenzen sind, Neigungen, ein Ego, das etwas Persönliches anstrebt, das fällt weg. Und trotzdem, da geschehen wunderbare Dinge durch unsere Ausdrücke. Das ist nichts, ich sage einfach, das ist nichts Besonderes. Das ist schon da in jedem. Das Einzige, was vielleicht manchmal geschieht, es ist etwas überlagert, dass das nicht ganz bewusst gesehen wird. Da würde ich einen Unterschied machen, wenn es noch einen Unterschied bräuchte. Aber der Samen ist in jedem gesetzt. Das Potenzial ist in jedem. Und es drückt sich genauso aus, wie es sich ausdrückt. Der eine, der vielleicht noch Blödsinn anstellt oder Unruhe stiftet oder Dinge macht, die nicht so freundlich sind, da würde ich einfach sagen, der hat noch Überlagerungen, der ist sich dessen einfach noch nicht so bewusst. Und deshalb geschieht das noch. Wird er sich aber bewusst, wird er gewisse Dinge, die nicht rein sind, nicht liebevoll, wird er nicht mehr machen können. Es geht einfach nicht. Es geht ums Bewusstsein. Verwirklichung wäre, würde ich sagen, wenn ich jetzt Jesus nehme, Ramana, Buddha oder einfach diese Weisen auch, Krishnamurti oder wer auch immer, die haben einfach dieses Bewusstsein von und ganz erlebt. Und andere, die das jetzt noch nicht ganz erleben, die haben einfach gewisse Teile noch nicht ganz im Bewusstsein. Ich würde das vielleicht mal so in den Raum hineinwerfen. Ich komme nochmal zu Heidi zurück. Der Mensch ist Gott mit Ego. Gott ist Mensch ohne Ego. Für mich ist es einfach, es gibt auch diese Verwirklichung, die einen nennen es Christusbewusstsein, Buddha-Bewusstsein, Krishna-Bewusstsein. Ich würde das dann als dieses Gott ist Mensch ohne Ego. Es besteht die Möglichkeit als Mensch, das Christusbewusstsein, Buddha-Bewusstsein, Krishna-Bewusstsein zu erlangen. Das ist einfach mein Ding, aber da muss auch wieder jeder für sich selber schauen, welche Dinge das da in ihm angelegt sind. Genau. Und jetzt ist seit drei Minuten Vollmond. Dieser Supervollmond. Jetzt, genau, genau, jetzt. Genau, 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 jetzt. Also vor drei Minuten. Und das ist ja auch eine wunderbare Geschichte mit diesem Vollmond. Der sieht ja, ich weiß nicht, ob ich nachher noch schauen gehe, ob ich den dann irgendwo sehe. Warum ist das ein Supervollmond? Vielleicht wisst ihr das. Er ist einfach supervoll, weil er so nahe an der Erde ist. Deshalb nennt man ihn Supervollmond. Und es gibt jetzt drei von diesen Supervollmönden. Und da gibt es ja jetzt ganz viele Geschichten, die da etwas verfolgen über diesen Mond, der jetzt da ist. Und ja, da muss aber jeder für sich auch selber schauen. Aber Mond hat auch immer eine Bedeutung. Wir sind im Zyklus. Der Mensch macht da mit, mit Epiflut, mit unseren ganzen Zyklen. Wir sind voll Wasser. Also heute mit Vollmond ist vielleicht auch dieser Rhythmus wieder anders als bei Leermond. Das gehört alles dazu. Das Leben ist im Rhythmus. Und wenn wir da nicht hineinfunken, dann ist das einfach so genial, wie das Leben uns zeigt, wie das erlebt werden kann. Je mehr wir da nicht mehr reinfunken, so gut das geht, weil es bewusst ist, wir das nicht mehr so ernst nehmen auch. Und nicht mehr so. Das Leben ist leicht. Und das Leben möchte auch, also die Freude und die Leichtigkeit, die da ist in jedem Menschen. Aber wir haben so oft durch unsere Neigungen und Prägungen das etwas verloren. Aber es ist da. Es ist da. Und die Mundwinkel hochziehen kann jeder. Und wenn es dir mal nicht gut geht, du steigst mit dem linken Bein aus dem Bett, du merkst es, geh doch zurück und komm mit dem rechten raus oder zieh die Mundwinkel hoch. Das Leben ist zu kurz für Trübsal. Ist zu kurz, sich abzumühen. und es passiert doch nichts. Die Ausrichtung, den Fokus, da hat jeder in sich. Es braucht nur einen anderen Blick und sofort ist die Welt wieder in Ordnung, wenn sie mal nicht in Ordnung ist. Und dieses Ja, aber, wie wäre es, das Ja, aber einfach zu streichen, aufhören zu interpretieren, das Leben zu erleben, das ich durch die Form erleben möchte, jeden Moment und so gut es geht, da nicht mehr rein zu funken. Dann bist du da in der Präsenz. Alles ist da gleichzeitig. Es gibt weder Vergangenheit noch Zukunft. Es ist immer da. Die Zukunft kommt auch auf dich zu. Und die Vergangenheit ist nicht mehr wichtig. Du bist jeden Moment neu. Und dann bist du zu Hause. Da gibt es nichts zu toppen. Da bist du zu Hause. Und wenn du was tun willst, dann komm doch einfach immer wieder, wenn es dich rausnimmt, in welche Richtung, komm doch einfach wieder zurück. Da bist du zu Hause. Immer schon. Du bist schon immer da. Das ist so genial. Jetzt kommt da Chrissy. Hallo, ist aber nicht gerade mein Ausdruck das, was das Sein eben durch mich lebt? Es fällt so schwer, manches anzunehmen. Es fällt so schwer, manches anzunehmen, da es ja eh schon da ist. Vielleicht hast du jetzt gerade mitgehört, Chrissy. Genau. Anzunehmen. Nein, es ist schon da. Aber ich spreche oft auf der persönlichen Ebene, weil das dieser Ausdruck ist, auch die Menschen da abzuholen, wo sie stehen und gehen jetzt gerade. Und wenn noch Überlagerungen sind oder Dinge, die ihnen nicht leicht fällen, zu sagen, hey, hey, schau genau hin. Es nützt, ja, das ist einfach mein Ausdruck. Und das geschieht, weil das Leben durch diese Form so das jetzt macht. und da gibt es auch andere, die erzählen nur von das Neuat weiter, das gar nichts zulässt. Das ist nicht mein Ausdruck. Ich gehe lieber und hole den Menschen da ab, wo er gerade steht. Und ja, alles hat Platz. Alles ist genau das, was sein darf, soll. Deshalb auch diese verschiedenen Ausdrücke, wo wir da auch bei Jetzt TV finden. Und da muss jeder für sich, das ist genau gut, zum sich selber reflektieren, passt mir jetzt das oder ist das besser oder kann ich da jetzt mehr mitnehmen oder möchte ich das jetzt wieder wegtun. Das ist da der Guru, der Meister, der Lehrer ist in dir, in jedem. Und es geht darum, dem zu vertrauen, dem zu entdecken und dem zu vertrauen. Hören und verschiedene Dinge hören und dann aussortieren. Und schlussendlich ist das in dir und du wirst die Wahrheit in dir erkennen. Das ist jetzt, schau hin, die Wahrheit ist in dir. Und wenn mein Ausdruck, was du schreibst, hallo, es ist aber nicht gerade mein Ausdruck, das, was das Sein eben durch mich lebt. Ja, natürlich. Und wenn du mit allem sein kannst und dich nichts mehr tangiert, du was weghaben möchtest oder was zukriegen möchtest, bekommen möchtest, bist du im Flow des Seins. Was gibt es da mehr? Und du kannst sehen, dass du dem ganzen Spiel da zuschaust. Und es tangiert dich nicht mehr. Obwohl es dich betrifft, aber es tangiert dich nicht mehr. Das ist so genial. Schau genau. Schau genau. Jetzt kommt noch wieder Felix. Danke vielmals, Felix, für deine Fragen. Hat der Mensch einen freien Willen? Oder ist der freie Wille eine Illusion, welche besteht, solange ein Ego existiert? Hast du einen freien Willen? Oder ist es so, dass die Joysticks nicht mehr in den Händen haben? Nimm damit, was dir gefällt. Ist der Film nicht schon längstens geschrieben? Nur weisst du noch nicht, wie der genau läuft, weil du hast kein Drehbuch? Da gibt es Leute, die kommen in Unruhe und dann dann der Lehne zurück und sagen, boah, ist das toll, ich muss nichts mehr, das läuft ja eh eh. Das Drehbuch ist geschrieben. Da muss jeder für sich selber schauen. Für mich gibt es keinen freien Willen. Weil das Leben durch die Form das erleben möchte, was es eben erleben möchte, so eine Art, oder die einen sagen, das Selbstmacht macht, oder das Bewusstsein macht Bewusstseinserfahrungen. Es gibt da so viele verschiedene Sprüche, aber da muss auch jeder für sich selber schauen, wenn wir keinen freien Willen haben, was macht das dann mit jedem Einzelnen? Die einen kommen wirklich in Angst, in Unruhe und dann halt mit dieser Angst und Unruhe sein. Atmen. Atmen und das einfach stehen lassen. Und andere können zurücklehnen und denken, boah, und du kannst nicht nichts tun. Es ist nicht möglich, du kannst nicht nicht handeln. Probier das mal. Setz dich jetzt mal hin. Nimm dir morgen, wenn du frei hast, oder am Sonntag, wenn du nicht arbeitest. Nimm dir mal, sag, nimm dir mal wirklich Zeit. Gib dir die Zeit, drei, vier Stunden einfach zu sitzen und beobachte, was geschieht. Nach einer halben Stunde lässt du dir aus der Kaffeemaschine einen Kaffee raus. Du wolltest doch eigentlich vier Stunden sitzen. Du hast keine Wahl. Du hast keine Wahl. Und Hand umkehrend sitzt du vielleicht einen Tag, wenn das angelegt ist. oder du möchtest jetzt auf den Bus und genau in diese Zeit, der Bus geht in zwei Minuten, du musst fast rennen und du musst dir jetzt dringend noch zur Toilette. Was ist jetzt wichtiger? Also gehst du zur Toilette, weil du es sonst nicht aushältst. Und du verpasst den Bus, nimmst den Nächsten und genau in dem Bus sitzt genau die Person, die jetzt, der du begegnen, zu begegnen brauchst. Sonst wärst du auf den früheren Bus gegangen. Es gibt keine Zufälle. Das Leben lebt sich durch unsere Form jeden Moment. Und je mehr wir zurücktreten, diese Prägungen da drüber laufen lassen, dieses Programm, und wir einfach präsent da sind und uns selber zuschauen, was kommen für Handlungen, welche Gedanken sind da. Das kann auch klarer, immer noch klarer gesehen werden. Und was ist jetzt aus den Prägungen noch, was bedient werden will am Gedankengut und was ist einfach, was es am Denken braucht für die nächsten Handlungen, die geschehen. Es geschehen Handlungen. Jetzt kommt noch mal Chrissy. Vertrauen, ja, das ist es, was hier schwerfällt. Danke dir. Da muss ein kleiner Schritt nach dem anderen gemacht werden. Dann wächst es, oder? Ja, ja, ja. Ja, natürlich. Yes. Das Vertrauen, es ist nicht, der Weg ist das Ziel. Und wenn du ein Ziel hast, dass du, das wird nicht funktionieren. Step by Step. Du kannst Affirmationen haben. Du kannst visualisieren. Du kannst dir wünschen. Du kannst dir Dinge vorstellen, die du verändern möchtest. Du möchtest einen neuen Job, weil der alte schon lange ausgelaufen ist. Und du kreierst ihn mal in Gedanken. Das Gedankengut kann nicht unterscheiden, ist es real oder ist es Fantasie. Das ist das Geniale. Bist du aber freudig drauf und kreierst irgendwas in Gedanken. Der neue Job, du siehst, wie du da reingehst und raus, denkst das alles mal durch und dann lass es los. Das geht dich nachher nichts mehr an. Das sind auch Dinge, die vertrauen. Und plötzlich ist dieser Job da. Und du bist da und du erinnerst dich, Mensch, das habe ich mir genau vorgestellt. Genau so gehe ich jetzt da durch diese Räume und genau das habe ich gesehen in meiner Kontemplation oder Meditation, als ich das mal anschaute. Und jetzt ist das Wirklichkeit geworden. Warum? Weil du hast ja das kreiert. Also wir sind, wir kreieren diese Welt. Diese Welt ist entstanden durch Gedanken, durch Kreation. Nicht nur Gedanken, die Umsetzung auch. und das geschieht non-stop. Das Problem ist eigentlich, dass der Mensch sich immer gerne wieder selbst boykottiert. Ach, das geht ja bei mir sowieso nicht, nur bei allen anderen. Das bekomme ich ja eh nicht. Ich muss jetzt halt immer leiden. Ich bleibe jetzt halt immer krank. Nein. Du kannst mit Krankheit der glücklichste Mensch sein auf Erden. Alles ist möglich. Und es gibt kein Ja-Aber, aber ich nicht. Es ist einfach nicht so. Und das, was du schreibst, das Verbrauen kommt in kleinen Schritten. Manchmal braucht es ein bisschen Mut. Und sich den Mut zu schnappen und einfach einmal aus der Komfortzone, natürlich nicht nur einmal, dann immer wieder, aus der Komfortzone herauszutreten. Es braucht ein bisschen Überwindung. Und ich schon sage, ach, schaffst du es doch nicht. Doch, ich gehe jetzt mal aus der Komfortzone der Gewohnheit und des Kontrollkonstrukts raus und ich getraue mich jetzt mal und es gibt eine neue Erfahrung und das Vertrauen wächst und wächst mit jeder neuen Erfahrung. Und vergesst nicht, wir haben, das ist ja wissenschaftlich auch erwiesen, diese neuronalen Netze, dass, wenn wir neue Erfahrungen machen, werden die neuronalen Netze im Hirn neu verknüpft und die alten Dinge, die fallen immer mehr in den Hintergrund. Und das ist das Geniale, dass es wissenschaftlich zusammenkommt mit der, ich sage jetzt mal, Spiritualität oder sich nach Befreiung ausrichten und die Wissenschaft, die wird eins, dass die das sogar wissenschaftlich ja belegen heute können, dass diese neuronalen Netze sich neu verstricken durch neue Erfahrungen, durch neue, eben dieses Vertrauen, den Mut zu haben, jetzt einmal einen anderen Weg einzuschlagen oder durchzugehen und immer wieder die neuen Erfahrungen zu machen, dem Leben auch den Raum zu geben, dass es durch die Form sich erleben kann. Und das können wir nicht kontrollieren. Und wenn das dann nicht mehr kontrolliert werden muss, das ist so genial, dann geschehen Wunder, in Anführungszeichen. Irgendwann sind dann das auch keine Wunder mehr. Aber es dürfen Wunder geschehen, es dürfen grossartige Dinge geschehen. Und diese Präsenz, die ist ja immer da. Kann der Mensch einfach da bleiben? Nimmt sie nie mehr weg? Dann ist das alles hier, was da gesprochen wird, unnötig. Dann bleibt er da und mehr ist da nicht. Und er sieht sich ständig zu, immerwährend, was jetzt durch die Form, das Leben durch diese Form anstellt, also erlebt werden möchte. Mehr ist da nicht. Ist aber noch was da, das will oder nicht will, vielleicht der Mut noch etwas fehlt oder das Trauen noch mehr sein darf, dann gibt es auch das Hinsehen. Schau genau. Erkenne. Jetzt kommt da nochmal Felix. Verändert sich der Gesichtsausdruck beim Menschen, welche auf dem Weg der Selbsterforschung sind? Zum Beispiel hin zu einem entspannten Gesichtsausdruck. Das könnt ihr selber schauen. Also schaut euch jetzt gerade, das ist jetzt genial, wir können uns da sehen, ja, ihr jetzt hier seid, schaut euch mal an, wie ist denn jetzt gerade eure Mimik? Ja. Und wenn ihr jetzt nämlich einfach mal die Mundwinkel hochzieht, faxen macht, wir sind wie die kleinen Kinder, nehmt das Leben nicht so ernst. Ihr zieht die Mundwinkel hoch und es geht keine Minute und ihr seid gut drauf. Und wenn alles weggefallen ist, dann gibt es einfach nur noch dieses Innere. Jemand hat mal gesagt, es fühlt sich an, wie ein ewiges, stilles Verliebtsein. Und wenn du innerlich so dieses Verliebtsein hast, dann gibt es doch einfach so einen sanften, liebevollen Gesichtsausdruck. Ja, da hast du recht, zum Beispiel hin zu einem entspannten Gesichtsausdruck, ja. Aber ob jetzt das mit Befreiung oder ob das dann so wichtig ist, schaut euch doch an. Ihr geht in die Stadt, ihr seid gut drauf, ihr geht jetzt in die Einkaufsstrasse, weil ihr jetzt da irgendwas besorgen müsst, ihr seid gut drauf und die Leute kommen euch entgegen. Die schwunzeln euch an, die einen kommen sogar, meinen sie, kommen auf dich zu und drehen noch ab. Warum geschieht das? Sobald du gut drauf bist, strahlst du, deine Schwingung ist erhöht. Und wenn deine Schwingung erhöht ist, ist weniger Konstruktgedanken, weniger diese Prägungen, das da immer wieder hineinfunkt. Du bist gut drauf und du bist leuchtend, ein Leuchtturm und du strahlst, es geht dir gut und das, was dir begegnet, dem geht es automatisch auch besser. Aber geh jetzt nicht und geh das, um andere zu retten. Rette dich. Also das heisst, schau dich an, bau dich auf und zwar täglich. Es gibt keinen Grund, heute zum Trübsal blasen. Nein. Nein. Es sei denn, du willst da bleiben. Ja, bitteschön, ist deine Wahl. Aber solange auf der persönlichen Ebene noch Dinge nicht ganz frei sind, hast du eine Wahl. Und du musst diese Entscheidung treffen und beobachte dich. Erfahre es. Wir machen hier einfach nur Erfahrungen. Mehr ist da nicht. Mehr ist da nicht. Das Leben will sich durch dich erfahren. Also stritt ganz viele Schritte weg, zurück und lass das Leben geschehen. Und schau einfach, dass dir gut geht. Das hat nichts mit positiv Denken zu tun. Das wäre eine andere Geschichte. Es geht darum, dir gut, dich als bestes Stück, als wertvollester Mensch zu sehen, weil wenn du deine Eigenliebe hast, das hat nichts mit Ego zu tun. Ich liebe mich und die anderen drücke ich runter. Das wäre ein Ego. Es geht nicht um das. Es geht darum, wenn ich mir Gutes tue, mir schaue, dass ich liebevoll mit mir umgehe, mich nicht mehr schlecht betitle, dann bin ich ein Leuchtturm. Also dann bin ich besser drauf. Die Schwingung ist erhöht. Das ist auch nachweisbar mit den Gehirnwellen, den Frequenzen. Und dann geht es dir einfach besser. Und viele Dinge fallen dann einfach ab. Es werden sich auch Leute von dir entfernen, weil die das nicht aushalten. Aber wenn du nicht im Modus noch bist, ich brauche, weil ich Angst habe, allein zu sein oder verlassen zu werden, dann gehört das einfach dazu. Da kommt auch keiner drumherum. Familie löst sich auf. Das heißt nicht, dass du Familien verlassen musst, aber die Verbindungen daran lösen sich auf. Das sind Abläufe. Also für mich ist es heute ein Ablauf. Jeder geht da durch. Wie weit es geht, das ist die Gnade, das weiss man nicht. Aber in den Schriften steht, wenn du erkenne dich selbst und wenn du dich erkennst und es nichts mehr hat, dann hat es nichts mehr. und warte nicht, bis der Blitz einschlägt, bis du Befreiung erlangst. Dann wartest du vielleicht vergebens. Das Leben findet eben jetzt statt. Jetzt, genau jetzt. Das ist so genial, jetzt. Und es gibt nur jetzt. Es gibt keine Zukunft, weil die kommt hierher. Eine Idee ist vielleicht da von morgen, aber irgendwann ist das morgen ja da. Und das ist immer jetzt. Und das ist so genial. Also jetzt findet das Leben statt. Schau, dass dir jetzt gut geht. Letztendlich hat jemand gesagt in einem Transformationsabend, hat sie gesagt, ja, irgendjemand in dem Bekanntenkreis ist jetzt im Altersheim und ist so frustriert. Ja, das ist halt dann, wenn man alt wird, dann wird man frustriert. Und nur das Weltliche und nur die Medien und schimpft über alles. Und ich musste dann wirklich ein bisschen schmunzeln. Und ich fragte dann, ja, wie war sie dann früher im Leben? Ah ja, da war sie genauso. Ah, okay. Geht mal in ein älteres Heim, ein älteres Heim oder in einen Kindergarten. Und da werdet ihr im Kindergarten schon Kinder sehen, die einfach frisch und froh und lebendig sind. und die anderen, die schon geprägt, diese Ausdrücke schon leben. Und deshalb, weil das Leben jetzt stattfindet und du dir dessen bewusst bist, hast du die Möglichkeit, jetzt, jetzt, Mundwinkel hoch, diese Geschichte nicht immer so ernst zu nehmen. Wie wäre es einfach mal, wenn Streit ist, das nicht zu bedienen? Wenn Eifersucht auftaucht, das einfach mal nicht zu bedienen? Wenn die Gier kommt, ja, dann siehst du es und vielleicht siehst du dann auch, ach, alte Geschichte, ich muss gar nicht gierig sein, ich kann mir ja heute alles leisten. Oder Einsamkeit, ja, jetzt kommt Einsamkeit, wow, das fühlt sich jetzt nicht so gut an, aber ich weiss, es gehört dazu. Und dann wieder sich mitatmen und da sein und merken, so schlimm ist das gar nicht. Ich kann ja sogar mit mir sein. Und das ist sowieso so, wenn dann gefragt wird, ja, möchtest du dann mit so vielen Leuten und immer unterwegs? Nein, auf keinen Fall. Das sind alles Konstrukte, die doch halt noch bedient werden. Ist einfach so. Jetzt kommt da. Tyrannia Kaschu Kaschipu Klar. Heini Skama Was ist Ursache und Ende des Leidens? Ich würde das so benennen, die Ursache ist dieses, eben diese ersten sieben Jahre und nachher wird das aufrechterhalten, bis das ins Bewusstsein kommt und dann wird daran gearbeitet, dass das nicht mehr bedient wird oder dass das wegfällt durch die Innenschau. Also von Äusseres erfahren, wir machen Erfahrungen, wir erleben ganz viel im Außen, wir wollen uns erfahren, wir wollen gut sein, wir wollen geliebt werden, wir wollen gesehen werden und irgendwann wandelt sich das oft auch durch irgendeinen Schicksalsschlag oder wie auch immer dann und dann geht die Innenschau los und ich will wissen, warum ticke ich so, warum, was ist eigentlich das Leben, warum bin ich hier und welche Fragen auch immer und dann wird das alles gesehen. Diese Dinge, wo ich ins Leiden komme, warum ich leide, was ich jetzt für einen Bonus noch drin habe, wenn ich jetzt leide, wenn wir das auseinandernehmen, sehen wir, jedes Leiden, jedes Leiden hat noch einen Bonus drin und wenn das auseinandergenommen wird, ich habe Angst vor dem Alleine-Sein zum Beispiel. Warum hast du Angst vor dem Alleine-Sein? Ja, wenn ich alleine bin und krank wäre, dann ist niemand da. Das ist jetzt eine Kurzfassung, es gibt noch viele ganz lange Geschichten, wenn du das immer weiter fragst, kannst du nachher erkennen, jedes Leiden hat einen Bonus drin, also ich leide, weil ich aber einen Bonus drin habe, noch. Das Kind hat gelitten und hat was bekommen dafür. Und es gibt auch Leute, die lieben das Leiden und auch das muss ins Blickfeld kommen, wenn sich das verändern soll. Und es gibt da nichts Falsches daran. Keiner kann anders, als es durch ihn macht und keiner kann anders oder kann was dafür, dass er diese Prägung hat. Aber es geht darum, das zu erkennen und dann so gut es geht, dann nicht mehr zu bedienen und wenn es nicht mehr bedient wird, dann ist das das Ende des Leidens. Was aber nicht heisst, dass mal Unruhe auftauchen kann oder mal was weiss ich. Es wird einfach gesehen und es wird gesehen und jetzt, ja, jetzt ist da Unruhe, die darf doch jetzt da sein. Wie oft erwacht der Mensch aus dem Schlaf frühmorgens und hat ein ungutes Gefühl im Bauch. Und dann geht die Geschichte los. Was will mir das sagen? Warum habe ich das? Die Geschichten, alles Interpretation fängt an. Und wenn das einfach aufhört, du wächst auf mit einem unguten Gefühl und das darf jetzt sein. Du lässt das da stehen und dein Tag beginnt. Und du gehst nach kurzer Zeit und willst da nochmal hinschauen und es ist nicht mehr auffindbar. Und solche Dinge gehen noch ewig lange. Du kannst Jahre an dir arbeiten und solche Dinge passieren lange, wie das plötzlich ein ungutes Gefühl da ist. Und wenn wir aufhören, Geschichten zu machen, weil wir uns so erfahren haben, erkannt haben in unseren Geschichten und das einfach dann nicht mehr bedienen, dann wird das ganz schnell weg sein. Jetzt kommt da Alexandra. Guten Abend und herzlichen Dank für diese Gelegenheit. Könntest du etwas über Urteilen und Entscheidungen sagen? Ist nicht die Entscheidung ein Urteil für oder gegen etwas? Jein. Wenn du jetzt vor zwei Parteien stehst und dich entscheiden musst, es gibt verschiedene, also du bist jetzt an einer Party eingeladen und du möchtest gerne noch ins Schwimmbad. Und du musst dich entscheiden. Dann stehst du da und machst Abwägungen. Und irgendwann kommt vielleicht die Entscheidung, ach nein, ist mir doch lieber, ich gehe jetzt schwimmen. Zum Beispiel. Und dann gehst du schwimmen und denkst immer an die Party. Schwierig. Ja. Aber das kann es geben. Es gibt Es gibt diesen Strang von Polarität und es geht darum, also für mich ist nicht jede Entscheidung ein Urteil. Es gibt Neutralität und wir kommen, ich muss jetzt ein Beispiel finden, schön und hässlich oder hell und dunkel oder groß und klein, Freude und Leid. Das ist derselbe Strang, das ist derselbe der selbe Pol. Also dieselben zwei Pole am gleichen Strang so. Und was geschieht, wenn du dich erforscht und immer klarer wirst, dann siehst du, da ist Leiden, aber ich habe es durchschaut, da hat es einen Bonus drin gehabt, den kann ich nicht mehr benutzen, weil ich keinen Bonus mehr brauche, ich bin erwachsen. Dann kommt das immer mehr in die Mitte. Zugleich, weil das Leiden immer mehr in die Mitte kommt, ist diese Freude, die du anstrebst, auch nicht mehr möglich. Kommt auch zugleich, zugleich kommt die auch mehr in die Mitte. Und dann ist das Leiden weniger, aber auch die Freude ist weniger. Diese Freude, die du angestrebt hast, weil das dir einen Kick gab oder sowas, das kommt auch mehr in die Mitte. Das kommt in die Mitte durch das Bewusstsein bis fast zur Neutralität. Dann bist du da und dann siehst du, da geschieht das, da geschieht das, auch im Weltlichen, aber du hast kein Urteil mehr dazu. Du bist neutral, du bist still und hast dann auch den Mut, wenn du da bist, zu sagen, wenn dich jemand fragt, ja, was findest du jetzt besser? Keine Ahnung, ich möchte jetzt nicht ins Weltliche hinausgehen, da gäbe es ganz vieles. Und dann musst du dich nicht mehr für was entscheiden. Dann sagst du, ich habe nichts mit dem zu tun. Und das ist Neutralität. Wenn das Leiden durchschaut wird, nicht mehr bedient, wird diese laute Freude auch leistig, 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 stiller werden. Und es kommt immer mehr in den Mittelpunkt, da bist du. Und es ist wie das Pendel. Das Pendel, solange das Leiden geht, gibt es auch diese Freude, aber wenn das in Einklang kommt, ein Pendel kann nie ganz still stehen. Es kann vielleicht noch ganz, ganz sanft. Und wenn du Glück hast, schmeißt es dich raus. dann ist die Gnade, dann schmeißt es sich raus. Das kannst du nicht machen. Also die Befreiung wäre dann das. Und hast sich rausgenommen. Solange das aber nicht geschieht, dass diese Gnade dich trifft, spielt doch keine Rolle, weil es ist ja da. Und wenn du da noch ganz sanft hinschaust, es gibt Dinge, die müssen wir entscheiden. Wir können nicht ohne Entscheidung im Leben auf dieser Erde sein. Aber wenn es um Dinge geht, die dich nichts angehen, dann kommt es in die Neutralität und du kannst diese Partei stehen lassen und diese Partei stehen lassen. Und du siehst einfach, der kann nicht anders, diese Partei kann nicht anders und diese Partei kann nicht anders. Und ich bin hier und schaue zu. Und ich entscheide mich nicht für diese oder für diese Partei, weil beide haben Recht und beide haben nicht Recht. Es gibt weder Recht noch nicht Recht. Sie wird einfach gesehen, die können nicht anders, die sind jetzt so gestrickt und die sind jetzt so gestrickt und ich nehme mich da raus. Das geht mich nichts an. Wenn du aber im Leben stehst, musst du Entscheidungen treffen. Will ich jetzt einkaufen gehen oder weil ich nichts mehr im Kühlschrank habe oder bleibe ich jetzt da zu Hause und habe dann vielleicht Hunger? Das sind immer, wir machen nonstop Entscheidungen. Aber das ist auch ein natürliches Geschehen, dass Entscheidungen getroffen werden. Aber ich würde eher sagen, diese Wertungen, Bewertungen, das ist gut und das ist nicht gut. Schaut euch selber an. Wie oft seid ihr noch im Weltlichen verstrickt? Und ihr hört jemanden schimpfen oder so und ihr macht gleich mit? Nein. Seid doch einfach still. Bleibt im Frieden und seht einfach, die können nicht anders. Aber ich muss da nicht mitspielen. Wenn man doch mitspielt und das erkennt, kann man sehen, ich möchte irgendwo dazugehören oder ich getraue mich jetzt nicht einfach nichts zu sagen oder ja. Alles ist da, damit wir uns erkennen können. Genau. Da kommt wieder Felix. Der Philosoph Emanuel Kant hat geschrieben, dass man den Mut ergreifen soll, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Was braucht es für die Selbsterforschung noch neben dem Verstand? Vielleicht den Verstand zu verlieren? Wie wäre es, wenn du den Verstand verlierst? Den Verstand zu verlieren. Und zwar diesen Verstand, der aus den Prägungen aufrechterhalten ist. Und das andere, das Denken, das es braucht, dieses Leben zu bewerkstelligen, das bleibt und zwar perfekt. Es wird alles so schnell wahrgenommen, so schnell gesehen, weil niemand mehr hineinfunkt. Dieser denkende Verstand, der löst sich auf, den braucht es nicht. Das ist die Prägung, die Prägung, die Konstrukteneigung und Tendenzen. Und die Gedanken, die es braucht zum Leben, die werden immer sein. die braucht es uns, können wir hier nicht existieren. Und wie bringe ich den jetzt los, diesen denkenden Verstand? Die einen sagen, mach doch einfach nicht, sei da, ja, eine gute Möglichkeit, wenn das geht. Wenn es aber, meine Erfahrung ist einfach, da waren viele Mantras, Atemkontrolle, bis es so weit ging. Ich wusste das alles nicht. Ich erlebte das einfach, ohne dass ich einen Plan hatte, für was ich was machte. Aber heute kann ich einfach sagen, es war genial, weil in meinem System hat es dann angefangen zu zählen. Und ich war mir damals gar nicht so bewusst, aber irgendwann sah ich dann, dass mein Verstand einfach zählt. Und wenn er dann bei 15 war und ich das sage, habe ich mir da 2 hinein und erzählte 3, 4, 5 weiter. Das geschah in meinem System, dann war ich aber auch immer mit, aus Existenzängsten noch damals, war ich für mich eine gute Sache, dann mit Affirmationen, mit irgendwelchen Sprüchen, wo dann auch dieses Weckkommen von diesen Existenzängsten drin war. Das habe ich dann oft auch 40 Tage, mindestens zweimal, 108 Mal mit der Mala wiederholt. Solche Dinge habe ich da durcherlebt. Und im Nachhinein, muss ich sagen, hat das meinen Verstand kanalisiert. Auch Atemkontrolle, da wurde einfach das Denken kanalisiert auf die Atmung beobachten. Und irgendwann fiel dieses Gedankengut des Denkenden geprägt, also das fiel weg. Das löste sich ab. Durch den Verstand bekam eine neue Aufgabe. Heute ist mir auch klar, diese Netze, die Neuronalen, wurden neu verknüpft. Und er schnappte sich das dann. Und oft, wenn ich auch in der Nacht mal aufwachte, sang der irgend... Ich war da auch mit Srividi unterwegs in Indien, da waren Gesänge, die gehen etwa 40 Minuten. Ich habe dann die auswendig gelernt. Und da war dann, wenn ich erwachte in der Nacht, war der Verstand beschäftigt mit diesem Sprechen von diesen Gesängen. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt aber genial. Der hat jetzt keine Zeit mehr oder keine... Der hat jetzt was zu tun. Der hat sich diese Wiederholung geschnappt. Und das war genial. Und ich habe erst viele Jahre später, dann wurde mir alles bewusst, ach so, so. Deshalb sprechen die einen, mach Mantra-Wiederholung, konzentriere dich auf die Atmung, wie ich es selber erlebt habe. Und die anderen sagen, ach Blödsinn, das bringt überhaupt nichts für die Befreiung. Das weiss ich nicht. Aber für mich hat es einfach den Verstand kanalisiert. Und der hat nie mehr irgendwelchen Blödsinn gebracht. Das ist einfach meine Erfahrung. Und da muss jeder die einen schnappen, ein Mantra oder einen Namen wiederholen. Das wäre ja auch das Chapa. Chapa-Maler ist auch ein Wort. Ich, ich, ich. Ich, ich, ich. Oder Vertrauen, Vertrauen. Was auch immer. Egal. Einfach etwas, das auch freudig ist oder aufbauen. Ist das eine gute Möglichkeit, das zu nutzen. Das heisst, das ist einfach eine Verstandesschulung. Und wenn der geschult ist, dann hat der eine Aufgabe, der braucht eine. Gib ihm eine. Sonst macht der Blödsinn. Solange der noch aktiv ist. Und ist einfach eine Möglichkeit. Aber auch da muss jeder für sich schauen, was anklingt. Ausprobieren. Nicht nur heute und dann wieder vergessen. Sondern wirklich, ich sage mal, 40 Tage oder 30 Tage. Einfach jeden Tag. Das mal ausprobieren und die eigenen Erfahrungen machen. Jetzt kommt Jeanette Nicole. Können wir überhaupt Entscheidungen treffen, wenn da keiner ist? Wer soll die Entscheidung treffen? Spielt es sich nicht einfach so ab, wie es sich abspielt? Ja, genau. Yes. Wenn du das siehst und da bist und nur Zuschauer bist, dass das Leben sich durch dich erleben möchte. Es ist so. Aber wenn du noch das Gefühl hast, ich muss eine Entscheidung treffen, dann triff die Entscheidung. Wenn das jetzt jemand hört, können wir überhaupt Entscheidungen treffen? Da habe ich auch schon Leute erlebt, die dann einfach nichts mehr entschieden. Und das ist es nicht. Es ist nicht nichts zu entscheiden in diesem Leben als Mensch. Wir sind dauernd am Entscheiden. Du hast recht, Jeanette Nicole. Wenn du da bist, dann kannst du sehen, ich habe keine Entscheidung, ich habe keine Wahl. Ja. Wenn das aber jetzt jemand hört, der mit dem nichts anfangen kann und hört, ich kann nichts entscheiden, ich kann keine Entscheidung treffen, dann kann das Recht auch Strug werden. Für mich ist es heute Mensch sein. Mensch. So gut als möglich achtsam, so gut als möglich liebevoll, so gut als möglich nicht mehr sich selber schlecht betiteln. Das gibt das, der Verstand kann nicht unterscheiden, meine ich das im Ernst oder im Spass. Lieber aufhören damit. Auch Schwingung sitzt darunter. und einfach das Leben, so wie es dir gerade angeboten wird, erleben. Nicht warten, bis der Blitz einschlägt und diese Befreiung endlich da ist. Das ist sowieso nur eine Idee. Eine Idee von ach, was auch immer. Du bist schon da. Diese Überlagerung, das sind wie Vorhänge, mal sind sie ganz weg und du hast total den Durchblick, dass es da gar nichts anderes gibt, als das ist das, was da gerade ist. Und mal sind halt, solange noch Prägungen sind, einfach Vorhänge davor. Aber das Leben hat das Potenzial im jetzigen Moment immer wieder die Ausrichtung, ach, ich bin wieder gerade da, ich sehe zu, wie ich sitze, wie ich atme, ich höre mir selber jetzt gerade zu, ich sehe da diese Leute da und das ist die Wahrnehmung, die geschieht und meine Erfahrung ist einfach, was wichtig ist, ist dann sowieso da. Das erlebt ihr. Ihr geht und wundert euch immer, wie konnte ich das jetzt wissen? Das kennen doch alle. Wie ist das jetzt möglich? Ich hatte doch keinen Plan und da kam was rein und ich habe da was gesagt und im Nachhinein kommt der Verstand und sagt, bist du sicher? Was hast du jetzt da gemacht? Wie, 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 wie? Das sind Dinge, die, wir sind das schon. Und wenn wir diesem zur Seite treten und das Leben durch uns erfahren lassen, dann können wir das immer klarer sehen, es braucht keinen Plan und doch wird geplant, es braucht keine Entscheidung und doch wird entschieden, es ist einfach alles gleichzeitig da. Ich habe da eine Frage zu deinem Begriff von den Prägungen, weil du ja, also ich weiß nicht ganz so ganz, was du meinst, wahrscheinlich eher so hinderliche oder, also, ich bin jetzt ein bisschen blöd, aber ich formuliere es so, damit man direkt versteht, was ich meine, eher negative oder hinderliche Charaktereigenschaften, oder? Es gibt ja viele Charaktereigenschaften, die einfach so sind und also die sehr starke Prägungen sind, aber sich im Laufe des Lebens niemals ändern. Also du wirst immer extrovertiert und eher lebhaft sein wahrscheinlich und ich zum Beispiel werde immer eher introvertiert und ruhig sein. Das sind für mich, also nach meinem Verständnis, auch Prägungen, die aber über das Leben eher stabil sind und sich nicht groß ändern werden, egal, ob da jetzt Verwärtslichung ist oder nicht, weißt du, was ich meine? Ich glaube, ja. Was genau das für hinderliche oder für O-Beprägungen sind, die dann der Verwirklichung im Weg stehen? Also was du jetzt sagst, erlebe ich anders. Ich war total introvertiert bis 14, also ich habe nicht mit Erwachsenen gesprochen, ich war total introvertiert und dann hat sich das gewandelt und dann kamen aber auch wieder Phasen von nur Stille und dann wieder raus und das hat gewandelt. Das war mal so, mal so, es ist mein Erleben. Also für mich sind das Dinge, die sich wandeln können, da einfach auch zu schauen, warum ist es introvertiert? Also wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, da war auch niemand da, dem ich gehört hätte. und wenn ich von Prägungen spreche, meine ich, wir erleben Dinge, die uns, ein Beispiel, dieses System, das wollte geliebt werden und das passte sich dann an. Also das schaute immer, dass es lieb war, dass es zuvorkommen war, dass es hilfsbereit war oder dass es still war. Aber es war ja nie ehrlich. Aber das wusste ich ja nicht, aber das hat mich überleben lassen. Ja, voll. Und andere kenne ich jetzt, andere, die gehen dann voll rein, das gibt es ja auch, es gibt ja dann alles, das kannst du so auch sehen, ja. Die einen sind dann mehr aufmüpfig und sagen nur schimpfen oder sind laut, die Kinder auch. und mein System war eben angepasst, still, aber ich war nicht wahr. Und das ging bis ins Höre, also das ging viele Jahre. Da war ich schon erwachsen, war immer noch dieses Liebsein-Muster aus Angst, man könnte mich nicht lieb haben oder man könnte schlecht über mich denken. Also ich habe da auch keine eigene Meinung gehabt. Ich habe immer geschaut, was wollen andere hören und habe mich dem dann auch, ich war nie wahr, nie. Ich habe mir nur immer geschaut, wenn ich jetzt so reagiere, dann habe ich die Idee und das war alles natürlich interpretiert, dann könnten die mich nicht ausschliessen, könnten die mich vielleicht sogar mögen. Aber ich war nie authentisch, niemals. Und dann kam das durch die Innenschau immer mehr ins Bewusstsein und dann fing das Arbeiten an und dann ist die Überlagerung weggefallen. Das Liebsein, also das Freund, ich sage es jetzt mal lieber, das Freundlichsein, das ist heute noch da, aber es ist nicht mehr überlagert. Das ist einfach wie ein Naturell von dieser Form, die erlebt das, das Leben ist freudig für diese Form, aber sie muss nichts mehr spielen. Kannst du das so verstehen? Das fällt weg durch das Erkennen. Das braucht auch Mut, dann hinzustehen und auch mal sagen, nein, das gefällt mir jetzt gar nicht, weil es einfach wahr ist. Das sind so Erfahrungen, die wir machen. Mit jeder solchen Erfahrung merken, ach, ich bin doch noch am Leben. Und die Eigenliebe stärkt sich dadurch. Kannst du so irgendwie verstehen, was ich meine mit diesen Prägungen? Das hat nichts mit Liebsein zu tun und wahrscheinlich weiss man dann, so wie du es jetzt schilderst, sich selbst dann durch die Innenschau, wie du sagst, am besten, welche Prägungen das sind. Weil wenn man ein bisschen älter wird, wenn man ein bisschen älter wird, dann geht man sich doch selber wirklich immer weniger auf den Leim. Genau, genau. Und mit dem Erkenne dich selbst, kannst du dir früher oder später nicht mehr auf den Leim gehen. Und das ist das Geniale. Oder auch zu hinterfragen, warum bin ich so oder so? Oder diese Gier, Neid, Eifersucht. Was gibt es noch? Das sind gerade mal drei Hauptthemen. Die können auftauchen als Erfahrung. Und die haben das Kind gesteuert, als das nicht bewusst war. Es hat alles gegeben, nicht einversüchtig sein zu müssen. Gier wurde vielleicht dann doch ausgedrückt. Neid, je nachdem, wie es verstecken konnte oder gerade richtig reinging. Und dann wird das alles erkannt. Früher oder später kommt das ins Blickfeld und wird betrachtet und gesagt, brauche ich noch Eifersucht? Oder bin ich mit mir heute so gut unterwegs? Und sehe, okay, Eifersucht gibt zwar einen Schmerz, aber ich habe jetzt den Mut, ich möchte loskommen von dem. Ich halte jetzt den Schmerz aus, den ich aber jahrelang vermieden habe. Oder? Und dann löst sich das durch, dass den Schmerz, wie sie nicht mehr die kleinen Kinder, das hat geschmerzt und es begann die Vermeidungstechnik. Also Prägungen sind vermeiden. Und wenn die Qualität aber darin, wenn das nachher befreit ist, ist es auch die Qualität des Ausdrucks, wenn jemand immer, er konnte sich schon als Kind hinstellen vor Leute und dann, das wird alles befreit, was überlagert ist, dann hat er nachher diese Kraft, auch zum sich vor Leute hinzustellen, weil das ein Ausdruck ist. Kann man das so verstehen? Ja, ja, schon. Und so erkenne dich selbst, jedes kleinste Detail, warum, warum mache ich das? Warum bin ich so? Was suche ich in dem? Was strebe ich an? Ah ja, ich muss das mal so stehen lassen. Sonst komm bitte mit weiteren Fragen. Ja, eine Frage habe ich tatsächlich noch und zwar, weil du vorhin gesagt hast, das Leben ist zu kurz, um schlecht gelaunt zu sein oder sowas. Aber was ist, wenn man gerade so eine Phase hat, wo man ganz viel negatives Zeug verarbeitet, also wo ganz viel Traurigkeit da ist, zum Beispiel. Ich erlebe das gerade so in diesem Moment und komme mich schlecht an. Also ich hätte das Gefühl, ich bin ein Clown, der was vorspielt, wenn ich jetzt dann mit dagegen angewiesen bin. Genau, also das eine, genau, ich komme rein, weil du kannst nachher, aber das ist jetzt wichtig auch, ja genau, ich würde mir total doof vorkommen, den Clown zu spielen, aber vergesst nicht, das Leben möchte auch Clown spielen. Und ich weiss, der Verstand ist ja, dass der sagt, hey bist du so Meschuge oder was bist du, du bist erwachsen und spielst da die Doofe oder was weiss ich, aber es geht darum, Hauptsache es geht dir gut. Und was jetzt aber mit der Traurigkeit kommt, die Traurigkeit, schau hin, dümpelst du da rum, ich muss nicht unbedingt Antwort geben, aber da wirklich genau hin zu, schau genau, jetzt kommt Traurigkeit, ist diese Traurigkeit all das Konstrukt, das jetzt einfach wieder auftaucht oder ist etwas geschehen, was jetzt traurig ist, ist jemand verstorben oder so kommt die Traurigkeit oder kommt das aus meiner Geschichte, da kommt immer von Zeit zu Zeit wieder diese Traurigkeit hoch. Ist das so? Da kommt von Zeit zu Zeit die Traurigkeit hoch. Genau, genau. Du weisst aber, wo sie herkommt, ja? Ja, schon. Gut. Und jetzt, wenn du das durchschaut hast, wo sie herkommt, schon daran gearbeitet hast, du weisst, wo sie herkommt, dann ist jetzt einfach mal gut. Dann darf die Traurigkeit da sein, wie dieser Vogel oder dieser Programm, das da läuft. Du bist nicht diese Traurigkeit, du spürst sie zwar, sie ist natürlich wahrnehmbar. Jetzt lass die da laufen mit dem Gefühl dazu und orientiere dich, du bist da. Ist es nicht Zeit, jetzt langsam dieses Muster nicht mehr zu bedienen? Schau da hin, oder? Also bitte versteht das richtig, es geht nicht um eine Abwertung oder Bewertung, es geht darum zu erkennen, oh, das ist eine alte Geschichte, die kommt immer mal wieder hoch und oft, wenn das nicht gesehen wird, wird die geschnappt. aber die Traurigkeit ist einfach noch im System und die darf ja da sein, die nicht wegschieben, die durchgehen, also durchgehen, aber nicht reindümpeln, also nicht reinspringen und traurig, traurig, oh, wie bin ich arm und leiden, einfach sehen, jetzt kommt Traurigkeit hoch, die darf da sein, aber zugleich, Mundwinkel hoch, zugleich, den Clown spielen, zugleich, nicht die Traurigkeit, die darf nicht sein, die darf da sein, aber du hast keinen Gewinn mehr darin, oder was gewinnst du? Was gewinnst du mit Traurigkeit, die alle paar Wochen, Monate, Jahre wieder kommt und du weisst schon lange, wo sie herkommt, ist es nicht dann irgendwann einfach auch Zeit zu sagen, okay, bleib du da, aber ich mache mir ein gutes Leben und ich spiele jetzt dieses Spiel, ich weiss, das hören viele erwachsene Menschen nicht gern, werdet wie die Kinder, spielt das Leben. Bei den Kindern gibt es ein guter Maschinen, in einem Moment traurig, im nächsten Moment wieder fröhlich. Und die können schimpfen und im nächsten Moment sind sie wieder alles vergessen, das ist es, sie sind nicht bewertend, sie sind nicht nachtragend. Erst wenn dann die Prägung losgeht, dann lernen sie das von Erwachsenen, ah, die spielt jetzt das, das mache ich noch, oder dann fängt das Spiel an von diesen Konstrukten, aber das Kind werdet wie die Kinder. Und diese Traurigkeit, verdräng sie nicht, drück sie nicht drunter, lass sie einfach da sein, mit dem Gefühl dazu. Wenn weinen kommt, dann weint es. Aber schau zu, ist Weinen da, aber niemand da, der leidet. Das wäre natürlich nicht drückend. Entschuldigung? Das wäre genial, wenn das schon so wäre, dass dann da keiner ist. Weißt du, es geht nicht darum, probiere es aus, spiele damit. Oder beobachtet, vor allem, wenn Traurigkeit auftaucht, ist jetzt jemand da, der leidet, oder ist einfach weinender. Das ist ein Unterschied. Einfach, oft wissen wir es nicht, deshalb kommt es auch da jetzt zum Vorschein, beobachte einfach genau, ob du einfach, die Trauer jetzt einfach läuft, und dann kommt jetzt gerade noch so rein, ist es überhaupt Trauer, oder ist es Berührtheit? Es gibt immer wieder Leute, die weinen, und wenn ich dann frage, bist du wirklich traurig, oder bist du berührt, und die meisten sagen, nein, eigentlich bin ich berührt, weil ich dieses Leben so jetzt erfahren darf, einfach da auch hinzuschauen. Okay. Ist das mal gut so? Das war gut so, danke. Ja, vielen Dank. Da kommen jetzt einige Fragen rein. nochmal Felix Bücher lesen. Jemand hat gesagt, dass man die Summe der Bücher ist, welche man gelesen hat, könntest du bitte, Entschuldigung fürs Lachen, ich muss schon lachen, bevor ich fertig gelesen habe, aber nicht persönlich nehmen, es geht nicht um dich, Felix, aber es ist so lustig, weil ich da schon was zu sagen habe, welche man gelesen hat, könntest du bitte kommentieren. Meiner Meinung nach hört es sich nicht authentisch an. Ja, und viele Menschen, die lesen Bücher und Bücher und Bücher und sind studiert und die müssen wieder entlernen. Es kommt wieder die Metapher, der eine geht zu einem Meister und sagt, Meister, Meister, ich möchte dein Schüler werden und der Meister sagt, ja komm, wir gehen in die Küche, ich mache Tee und der macht Tee und der spricht, also der angehende Schüler spricht und spricht und spricht und der Meister, der Tee ist fertig und der schenkt die Tasse ein, schenkt ein und der Schüler spricht, 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 spricht und er sieht dann der Schüler, die Tasse überläuft, überläuft und sagt, Meister, 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 du überlehrst ja alles und sagt, ja genau, so ist es mit deinem Mind, geh doch nach Hause und entleere deinen Mind und dann komm wieder und deshalb ist es nicht immer nur einfach, wenn viele Bücher gelesen werden. aber ja, mehr möchte ich da nicht, genau und das authentisch sein, es geht nicht ohne authentisch zu sein, da kommt keiner drum rum. Und Bücher lesen, ja oder nein, da muss auch jeder, der eine liest Bücher, der andere hört nur Live Chats oder ist in Chats, da kommt nämlich gerade noch eine Frage, warum machst du Live Chats? Was hast du davon? Das frage ich mich auch jedes Mal. Was habe ich davon? Was kann ich dafür? Was könnt ihr alle dafür, dass ihr heute da seid, sei es in YouTube oder hier? Einer kann anders, als es durch ihn macht und der eine wollte unbedingt da sein und ist jetzt nicht da und der andere wollte unbedingt nicht da sein und ist trotzdem da. Haben wir wirklich eine Wahl? Es macht Spass, das ist es, es macht einfach Spass und die Ausrichtung ist, was ist leicht und was macht Freude, mehr ist da nicht. Mehr kann ich dazu nicht sagen und ich wurde angefragt und solange ich angefragt werde, macht das Spass und dann gibt es ein Ja, vielleicht gibt es auch mal ein Nein, das weiss ich nicht, ich gehe jetzt nach Indien und es wird, denke ich, jetzt auch eine längere Pause geben, weil einfach vieles anderes noch ansteht und ja, aber wie, wo, was, keine Ahnung. Und die Michaela ist noch vorher? Die Gabriela kommt noch, es spielt sich gerade so, oh yes, ja, das erlebst du, schön. Die Michaela kommt noch, hallo, ich habe eine Zeit, ich habe eine Zeit unterdrückt, Fleisch, ich habe eine Zeit unterdrückt, Fleisch zu essen, habe es wieder angefangen, ich liebe Tiere, wie kann das zusammengehen? Da musst du für dich schauen, isst du Fleisch, weil der Körper das braucht? Welches Fleisch isst du? Ist es liebevoll geschlachtetes Fleisch, zum Beispiel? Warum hast du, also für mich gibt es nicht, es darf oder es darf nicht. Ich habe einfach durchlebt, als ich da in diesen spirituellen Kreisen war, früher, da isst man kein Fleisch, man trinkt kein Alkohol, keine Drogen, nicht rauchen und Kaffee sollte auch noch wegfallen und dann habe ich mir das sehr zu Herzen genommen, habe dann aufgehört, Fleisch zu essen und dann wurde ich einfach krank und ich fing wieder an, Fleisch zu essen damals und dann fiel das irgendwann einfach weg. Es aß einfach kein Fleisch mehr, nicht weil ich das geplant hatte. Auf meinem Speisezettel fehlte einfach diese tierische Nahrung in Form von Fleisch und es fehlte mir nichts und ich machte mir gar keine Gedanken darüber, es fiel einfach weg und dann Alkohol fiel schon vorher weg, genau, irgendwann hörte das einfach auf und es gab nicht, ich darf oder ich darf nicht, es hörte einfach auf. Es war niemand da, der sagte, komm, nimm noch eins oder lass das bleiben. Es hörte einfach auf. Und das ist meine Erfahrung, solange vom Kopf etwas angestrebt wird, ich darf nicht, das ist nicht gut, das ist nicht spirituell, diese Dinge laufen lassen. Und ja, es gibt Leute, die sagen, Fleisch, das ist antibiotisch sowieso, aber auch das Stresshormon, wenn das Tier geschlachtet wird, das nimmst du dann auf über das Fleisch und das tut nicht gut. Aber auch da bitte schaut, ich bin kein Moralapostel, obwohl ich manchmal über gewisse Dinge spreche, aber das ist mir fern zu sagen, du wirst nur befreit, wenn du das oder das nicht machst. Wenn der Mensch aber nicht von den Neigungen wegkommt und ihn diese Neigungen, diese Wassernastneigungen, Tendenzen zurückhalten, dann gibt es daran zu arbeiten. Dann möchte plötzlich der Mensch auch frei werden von diesen Dingen. Aber solange das Mühe macht, würde ich sagen, weglaufen, also einfach hinschauen, hinschauen und nicht urteilen. Meine Mutter hat geraucht, sie hat viel geraucht und bei jeder Zigarette hatte sie ein schlechtes Gewissen. Stellt euch das mal vor, die hat viel geraucht und bei jeder Zigarette, die sie angezündet hat, hatte sie ein schlechtes Gewissen. Das hat sie auch immer wieder ausgesprochen. Irgendwann habe ich zu ihr gesagt, hör doch einfach mal auf, genieße es doch wenigstens, wenn du schon rauchst. Ja, wenn schon, aber immer noch dann einen draufgeben, wie schlecht das ist und blau. Nein, was bringt das? Wenn Fleisch gegessen wird, genießt es. Kaut es gut. Nehmt den Geschmack. Ist es wirklich noch so fein, wenn ihr das so kaut? Oder ist das mehr, also ich weiß, ich habe vor Jahren, dann war ich mal im Spital irgendwie und da hat, ich ging, ich musste auf jemanden achten und dann war dann ein Menü da und das war eine Bratwurst. Und ich liebte früher Bratwürste. Dann habe ich gedacht, so jetzt esse ich das mal. Und habe das ganz bewusst gekaut und für mich war das wie Karton. Ich konnte die Wurst nicht essen. Und früher habe ich es so geliebt. Nehmt auch das wahr, gibt es mir immer noch so viel Genuss oder kann ich das auch bleiben lassen? Gut. Ich glaube, alle Antworten, alle Fragen sind beantwortet, weil es ist gleich, gleich die Zeit um. Ich möchte mich bedanken. Ich möchte noch ein bisschen, ganz kurz Werbung machen von mir selber. Es gibt einen privaten YouTube-Kanal, der findet ihr Nischkama, Ma, Renate Kunz. Da gibt es täglich Videos, fast täglich eins, über ganz viele Themen, auch Fragen, die kommen, sind mir sehr wohl. Liebe ich, dass ich wieder ein Video damit machen kann. Es gibt auch Transformationsabende, wo gewisse Themen angesprochen werden. Es geht immer um die Befreiung, aber auch wie die, die eben solche, jetzt war eins mit Gewirnwellenfrequenzen, über die Zirbeldrüse wurde schon gesprochen. Einfach Dinge, die, wenn jemand das interessiert, oder auch wie kann ich jetzt eben mit der Atmung, was gibt es für Dinge, damit ich eben gut unterwegs sein kann. Das sind Transformationsabende. Alle zwei Wochen finden die statt. Ich habe den Plan, im Februar nach Indien zu gehen. Falls jemand sich angesprochen fühlt, da wäre ich froh, dass er auf mich zukommt, damit ich weiß, da hat jemand Interesse, um das zu organisieren. Also so als ein Retreat. Aber da bin ich offen, ob es dann standkommt oder nicht. Eben, es wird geschehen, was das Leben engagieren möchte oder arrangieren möchte. Bin da frei. Auch wenn das nicht kommt, dann ist das auch okay. Genau. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für eure Zeit, für euer Sein. Und die Zeit ist um. 21.30 Uhr. Vielen Dank, dass das sein darf. Vielen Dank dem Team. Vielen Dank. Devasetu, wenn du das hörst. Und ja, Namaste. Danke für das Satsang. Vielen Dank. Euch allen. Tschüss. Tschüss. Bewészetserorium. ねぇ. Vielen Dank.